Hey Leute, herzlich willkommen bei Barstow und Berfurt. Ich bin Johannes Queller und heute geht es um Beef Jerky. Ich wurde vielfach gefragt, was ich sozusagen als Snack, als gesundes Snack empfehlen kann, weil die Leute in irgendeiner Diät sind und sonst irgendwas und sie können sozusagen, sie brauchen etwas zum Snacken und was kann ich ihnen empfehlen. Und ich selber esse regelmäßig Beef Jerky und ich habe jetzt ein Beef Jerky gefunden, das Paleo Jerky, Paleo egal, Paleo Jerky gefunden, welches aus 100% Weidefleisch stammt. Das heißt, ihr könnt sogar mit einem guten Gewissen essen und nicht irgendwie so diese Industrierotze, wo die Irinner sonst wie schlecht gehalten werden und sie kommen mit sehr natürlichen Zutaten aus, das heißt man hat hier das einzige in Anführungsstrichen negative ist das Nitritpökelsalz, die Konservierungsstoffe, aber ohne geht es nicht, sonst wären die Dinger wahrscheinlich nur eine Woche haltbar oder zwei. Aber es ist eben wie gesagt 100% Weidefleisch und deswegen finde ich dieses Paleo Jerky extrem geil. Und ihr deckt natürlich euren Eiweißgehalt, ihr habt einen gesunden Snack, ihr habt was zu kauen, es befriedigt einfach auch natürlich den Flavorgedöns, dass man halt sozusagen nicht nur irgendwie so ein Salatblatt futtert, wo man halt keinen Geschmack bei hat, sondern man hat halt auch verschiedene Geschmäcker, hier ist der zum Beispiel Barbecue Flavor und Original Flavor und ich stehe auf jeden Fall auf den Habanero Chili Flavor, weil ich sowieso ein bisschen Chili liebe. Und ja, weil ich das eben so geil finde, habe ich mit dem Kontakt aufgenommen und für euch ein Affiliation Deal ausgehandelt. 20% für eure erste Bestellung, diese ist allerdings zeitlich limitiert bis zum 1.11. Das heißt, ihr könnt einkaufen und bekommt 20% Rabatt für das Trockenfleisch, was ein ziemlich geiler Deal für euch ist. Und ansonsten gibt es mit dem Code BSB10 10% für immer, also für immer, solange halt die Kooperation besteht. Das heißt, ihr könnt immer 10% beim Paleo Jerky bestellen und BSB20 20% einmalig bis zum 1.11. Das ist ein geiler Deal für euch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich sozusagen mit denen jetzt eine Kooperation eingegangen bin und es ist einfach ein geiler Snack für zwischendurch, der mit 100% Weidefleisch gemacht wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Stöbern auf der Seite und bis bald haut rein. Tschüss.